Hi Leute und willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Ja, diesmal mit Co-Kommentator. Ja, vielleicht habt ihr es gehört, wie bei Super Mario World. Und ja, wir machen jetzt das doch, also jetzt ist es diesen weinenden Piraten. Hallo. Ahoy, ihr Landritten. Oh mein Gott, man sieht Banjo und Kazooie nicht. Ich bin Kakten Blubber. Ich habe meinen Goldschatz verloren, als mein Chef auf diese... Blablabla. Na dann musst du... Ja, okay, okay. Ja, wir wissen, wenn ihr lesen wollt, dann schau dir einfach und macht Pause oder so. Und ja, ich fasse mal zusammen. Er hat seinen Schatz verloren und wir müssen ihn suchen. Der erste ist da, Endo. Da ist noch? Ja. Da unten ist der. Da siehst du den zweiten und da ist der erste. Ahoy, ihr beiden. Ich bin Captain Blubbers. Sagenhafter Goldschatz. Yeah. Ich liebe das Spiel. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach so cool. Spielst du es auch? Ja. Ja. Wie weit bist du? Nein, auch da gerade. Ah, okay. Hast du schon mal durchgespielt? Nein, leider nicht. Ah, okay. Ich habe es erst angefangen. Du hattest es noch nie auf dem Ding. Auf dem Nintendo 64. Nee. Und da ist der zweite Schatz. Das Spiel muss man einfach haben, wenn man... Habt ihr ja jetzt. Ja, auf dem Home. Auf dem Emulator. Hab ich ja. Ja, eben. Aber nicht auf dem originalen Nintendo 64. Dort war es einfach... Die Zeichen waren einfach cool. Luftschnappen. Und wieder rein. Oh mein Gott, ich habe... Weißt du, wann ich aufgenommen habe? Nein. Sogar in meinem Let's Play frage ich dich. Oh mein Gott, ich bin viel zu schlecht. Und ja, wir müssen diesen Schatz... Oh mein Gott, ich will der Hand... Wir müssen diesem Schatz den... ... fetten... ...Liebpferd geben. Oder was das auch heißt. Den räumst du die ganze Zeit. Ja. Philippa und... Süße. Ah, der ist schwul. Ein großer Song. Oh mein Gott. Huh? Das... Das ist einfach... Zu komisch. Wir fliegen jetzt irgendwo hin. Ich weiß eigentlich nicht wo. Wir fliegen einfach... Ah, ich wüsste wo. Etwas... Auch, wo man ziemlich leicht ein Puzzleteil kriegen kann. In diesem Schatz war einfach ein Puzzleteil. Okay. Okay. Wieso? Diese Schatz... Der war für mich. Ich meine, der ist hart für dich. Oh mein Gott. Ja, die räumt. Ja, die räumt die ganze Zeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich schon alles gemacht habe. Oh, fick dich. Da kommt... Da kommt noch Kinder. Na und? Du bist ja auch ein Kind. Ich auch. Wir gehen mal zu diesem... Leaky. Oder... Wo ist Leaky? Das ist Leaky. Dieser Eimer, man. Dieser... Das ist schick. Ne, da. Ui. Diese da. Da, wo wir unsere Reik hatten müssen. Das Loch ist gestoppt. Ja, er hatte sein Leak und das mussten wir jetzt mit Eiern stoppen. Was ziemlich komisch ist. Meiner Meinung nach. Klingt auch komisch. Es ist auch komisch. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Das hat... Es wäre fast angefroren oder so. Ja. Ich glaube, bei jedem so. Das ist... Jetzt hatte ich Angst. Ja. Passt doch. Oh mein Gott. Da müssen wir einfach Ben-Joke-Zu-Buchstaben machen. Und... Ich weiß nicht, wie das geht. Ich auch nicht. Ben... Wo ist das J? Das J ist... Oh. Wo ist das J? Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay. Ben... Jo... Kai... Katzoye. Katzoye. Wo ist Katz... Ah, da. Ja. Ich Jo. Hast du das schon gemacht? Ja, ich habe das schon gemacht. Okay. Oh. Oh. Ich habe gedacht, wenn man einen Fehler macht, muss man was neu machen. Nein. Nein. Das wäre ja auch... Protagon. Zu... Kai... Ja. Ähm... Wo ist das O? Äh, da. Oh mein Gott. Ich bin voll schlecht. Ich brauche sicher. Viel länger als die anderen. Ich bin voll schlecht. Ich bin voll schlecht. Ich bin voll schlecht. Alain, komm! Warum? Ah, gut. Ja, ich war ein Sprung. Unzensiert. Geht. Geht. Oh mein Gott. Hat es raus! Wie viel habe ich hier? Ah, okay. Oh, was ich noch sagen wollte. Ich habe jetzt ein cooles Gangpad. Und jetzt kann ich viel besser spielen. Ist er auch bei Super Mario verleichtert? Ja. Also wer es nicht geschafft hat, wer weiß es jetzt. Oh, da liegt noch eine Hohlhübe. Ähm, wo könnte ich jetzt noch hingehen? Ja komm, wir machen noch den Turm. Hast du den Turm schon gemacht? Warum? Ach so, ja den Turm. Hast du eigentlich schon dieses Vier besiegt? Die Krabbe? Ja. Ja. Okay. Warum? Äh, rollig. Oh mein Gott, ich habe ein Problem. Was denn? Ja und ist in MSN online gekommen und er ruft immer an. Das ist geil. Nein, MSN. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich mich schon aufgenommen habe. Warum schau ich nicht? Egal, ich nehme jetzt einfach ein bisschen auf und dann schneide ich. Oh mein Gott, ich habe sogar geschafft. Oh mein Gott. Kann man da noch... Oh ja. Sieht man es eigentlich bei Sky Plusig? Ja. Weißt du schon, wo ich bin? Auf dem Turm. Ja okay. Das ist voll der Tür. Ach, ja. Ich kann bocken. Ich kann bocken. Auch nicht einfach mal drauf. Ein Puzzletower. Fertig Puzzletower. Oh mein Gott, in diesem Part haben wir schon vier gesammelt. Aber ich weiß gar nicht, wie du... Okay Leute. Ich schaue schnell, wie lange ich schon aufgenommen habe. Bis gleich. Ich... Ich... ... habe noch zwei Minuten oder so. Ne, nicht genau. Noch eine eigentlich. Oder so. Ich bin voll verwirrt. Egal. Es reicht noch, um da oben alles einzusammen, hoffe ich mal. Und... Oh mein Gott. Kann ich da nicht so hoch? Wie soll ich da hochkommen? Ich... Ich soll fliegen. Ja, ich... Warum komme ich da nicht nach oben? So. Jetzt endlich. Oh Gott, ich brauche nur noch ein. Wo ist denn? Ich glaube ich, wo der ist. Bei so einer Kanzel. Bei welcher? Ah ne, ich weiß, wo er ist. Und da gehen wir auch gleich hin. Gleich. Im nächsten Part. Da haben wir alles eingesammelt, Leute. Wee. Okay. Na, wir werden noch schnell in Sicherheit bringen. Okay, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Und tschüss. Das Mal. tys. Der killed das mal. 다